Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal. Es freut mich natürlich sehr, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich dachte, ich melde mich einfach nochmal bei euch zurück, bevor ich am 16.02. beim Benefizkochen dabei sein werde und die Stars filmen und begleiten werde. Ich hatte es auch schon in meinem letzten Video angekündigt, auch Laura Pinsky wird dabei sein. Und wir dachten uns, dass wir zusammen ein Video mit euch drehen wollen. Und zwar wird sie am Wochenende hier bei mir im Studio zu Gast sein. Und wie ihr jetzt an diesem Video teilnehmen könnt, das verrate ich euch natürlich jetzt. Und zwar haben wir uns überlegt, dass ihr uns einfach eure Fragen stellt, was ihr über uns wissen wollt, über Laura, aber auch natürlich über mich. Und einfach hier unter das Video in die Kommentare reinschreibt. Und wir werden diese Fragen dann natürlich beantworten. Es wird auch noch was Kleines zu gewinnen geben. Was genau, das werde ich noch nicht verraten. Das seht ihr dann am Montag hier auf meinem Kanal. Ich kann aber schon mal verraten, dass es was Persönliches von Laura sein wird. Ja, also ich freue mich natürlich, wenn ihr am Montag wieder einschalten würdet. Und wir sehen uns dann am Montag. Bis dann. Ciao. 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 Absolut.